Hallo, schönen Grüße aus Mallorca. Ich habe euch ja versprochen, dass ich hier in meinem Videoblog euch ab und zu mal ein paar Infos aus Mallorca zukommen lasse. Und ja, wir haben das erste Shooting schon gehabt. Die Teilnehmer kommen jetzt gleich an. Wir hatten aber gestern Abend zum Warm-Up sozusagen ein kleines Shooting im Sonnenuntergang am Strand. Und hier wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen, wie man mit verschiedenen Belichtungstechniken unterschiedliche Bilder machen kann. Das heißt, einmal gegen die Sonne direkt mit einem harten Licht von vorne, dann mit einem Zangenlicht, mit einem weichen Licht, vor allem mit einer Softbox die Bilder, die mit der Wiki entstanden sind. Ja, und so kann ich an einem Spot bei denselben Lichtverhältnissen ganz unterschiedliche Bilder machen. Nur so viel hierzu. Ich werde euch die nächsten Tage immer wieder mal kleine Videos hochladen, wo ihr einen Einblick bekommt, was wir hier bei unserem Workshop machen. Ansonsten schöne Grüße aus der Sonne. Ich habe gehört, in Deutschland ist das Wetter nicht ganz so schön. Drückt die Daumen, dass es vielleicht zumindest bis wir wieder da sind, dann auch mal wieder die Sonne scheint. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.